Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Und, ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Just die Kare vermöbeln. Gute Nacht. So, 26 von 45. Aha, aha. Oh, die bewachen was? Wollte ich sagen. Christi Karte. Mein Gott. Guck mal, du kannst das, ich kann das auch. Und noch ein Strich auf meiner Liste. Und auf meiner erst. So. Einmal das. So, wir haben hier einen schweren, einen starken und einen Elite. Sowie zwei Streifen. Ich würde sagen, die sind fällig. Ching. Erstmal Mörserhage nach rein. Schild wird aktiviert. Das wird aktiviert. Jetzt kann ich die Kryo-Granate auch wieder einsetzen. Und zwar ganz dringend. Macht rufen. Hallo. Eric. Hallo. Jawohl. Gewonnen. So gut wie. Fast. Stirb. Stirb. Schnell. Ach, Treffer. Alle tot. Perfekt. Aber das war knapp. So, dann regenerieren wir hier mal. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Was soll's. Schauen wir mal in die Kiste. Neuer Armschützer. Schön. So, da ist wieder ein Captain. Äh, ein Schützer, wie auch immer. So, du machst die platt. Ich die. Kleines Feuergefecht mitten auf der Straße. Steh ich drauf. Fertig. Der Schusshagel hat leider nicht abgebrochen. Naja. Was haben wir da noch? Irgendwann scheinen wir ja nur so ein Dash-Haufen. Den sowieso keiner mehr braucht. Ich mein, ich hab wirklich mehr als genug von dem Zeug. So, Teil 2 ist das. Dann kommen... Ein oder zwei Teile sind noch. Juhu. So. Du bringst den um. Ich den. Schild. Das. Das. Und einer weniger. Noch was Besonderes hier. Noch mehr von denen. Super. Super. Äh, wieso? Geist mein Gefährte nicht den anderen. Ah, doch macht er. So kann man schön über Kreuz feuern. Ach, da ist noch einer. Gewesen. Dann mal ganz schnell nachladen. Ich merke irgendwie, meine Rüstung hält nicht mehr das, was sie mal gehalten hat. Ah, wir haben ja hier noch irgendwie. Ah, für beide nicht gut. Eher kontraproduktiv für beide. Ähm... Hier bin ich natürlich falsch, aber das interessiert mich gerade absolut nicht. Wider. So. Jo, das war's. Einen noch. Und da sind sogar drei. Viel passend. So, was müssen wir jetzt machen? Greif auf die JustiK-Konsole zu. Wo sind die? Da unten. Oder? Ist die Konsole? Nein. Nein. Okay. Hier lang. Dann machen wir das mal. Knarre raus. Mal gespannt, wen wir jetzt umbringen dürfen. Weil immer mit so JustiKaren und so Bonus-Quests, da muss man wen umbringen. Immer. Hi. Verschwinde. Ähm... Wo ist der? Hm. Irgendwie durch Textur gebuckt. Ja, na dann. Hat auf jeden Fall getroffen. Unser Gefährte. Ich kann das nochmal. Schlaf. Alle drei tot. Mann. Wo ich so viel Spaß hatte. Ähm... Konsole. Als erstes. Gut. Machen Konsole als erstes. Feuer. Oh! Den hab ich nicht gesehen. Das wäre erledigt. Nein, wer ist nicht? Oh! Er fordert Plündern 50. Also etwas besser. Laminuit. Mhm. Kann nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Und es ist mir auch egal. So, Boss. Jetzt gibt's einen auf die Glocke. Ah, Cheser Bull. Schieß mich tot. Hau ab. Keiner will dich hier haben. So, jetzt kann man sich nähern. Pulskanone. Kolbenstoß, wenn man möchte. Dann solche schönen Sachen. Boom. Chill. Dann Ladungsschuss hinterher. Bisschen näher ran. Und voll ins Leere schießen. Bonus-Mission abgeschlossen. Wird aber nochmal aktualisiert. So. Jetzt müssen wir hier einen retten. Muss das sein? Nein, Spaß beiseite. Ich werde den natürlich retten. Äh. Äh. Achso. Okay, dann hat sich das. Feuer. Hey, ich wurde betäubt. Das kriegt er zurück. Ich decke das jetzt einfach mal mit massiven Flächenbombardement ein. Hat nicht unbedingt was gebracht, aber... Es haut hin. Bam. Volltreffer. Baupläne. Ach, das waren die... Oh, ich bin doof. Ich dachte, das sind die, ähm... Hier den Jungen retten. Hm, hm, hm. Okay. Waren die Baupläne. Gut. Allzu vieler Dankern wir auf jeden Fall später mal zurück. Oh, hallo. Marek. Und tschüss. Auf wen schießt du? Hallo? Hast du's? Ich glaube, es hackt. Naja. Was soll's. So, so wie ich das sehe, haben wir noch... Zwei Sachen. Na, mehr als zwei. Ähm. Urkunde, ungerechte Justikare. Sprich mit dem. Dann machen wir erst ungerechte Justikare. Okay. Pass auf. Du bringst den um. Ich bringe den um. Noch nicht, mein Freund. Oh, guck mal, ladungsgeschoss kann ich auch. Ich glaube, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nicht nachladen. Ich wollte... Ähm. Naja. Ich wollte ihn eigentlich wegbomben. Oh. Oh, hier sind viele. Tote. Mist. Den Hund kriege ich sowieso nicht drauf. Aber wenigstens kriege ich zwei Hunde rein. Moment. Verschwindehund. Oder Köter. Au. Ab. Mein Gott, ist das so schwer. Die meisten Hunde sind einfach nicht erwünscht. So, Knarre wieder raus. Hier reinlatschen. Warten. Und das Ganze mal eindecken. Cool. Das könnt ihr. Guck mal, ich kann das. Wenn es funktionieren würde. Schild funktioniert auch. Sterben tun wir trotzdem. Doch nicht. War knapp. Sehr knapp. Nachladen. Die Geilste-Animension, die es gibt. Okay, wir machen die nächste Ebene. Holen uns mal den Jungen zurück. Äh. Sieht blöd aus. Ich überlege gerade. Wie mache ich das am besten? Am besten. Du greifst den an. Ich greif den an. Und dann gehen wir mal hier hin. Und dann machen wir das so. Schießen wir die ab. So, dann nehmen wir das einmal mit. Hier ist niemand. Das freut mich. Nein! Ich wollte eigentlich... Sei es drauf. Hallo! Hilfe! Hilfe! Bitte! Verschwinde-Hund. So. Was haben wir hier? Noch eine Auszeichnung. Sehr schön. Bösartiger Justikar-Hund. Oh, mein Sicherheit ist. Haha. Okay, so geht's auch. Dann... Nachladen. Reicht. Sicherheitsoffizier und irgendwelche Ruinen. Du... Äh, machst den Platz. Ich mach den Platz. Kolbenstoß. Das hier, das, das. Nachladen. Weiterfeuern. So. Abgeschlossen. Jung retten. Moin. Deine Schwester hat mich geschickt. Du bist frei. Renni? Aber sie ist... Sie ist ein kleines Mädchen. Wie konnte sie... Und wieso? Oh, jetzt werden sie mich umbringen. Schnell. Könnt ihr das wieder einschalten? Es wieder in Gang setzen? Oder sowas? Du willst ein Gefangener der Justikare sein? Ich kann nicht flüchten. Solange die Justikare mich in ihren Akten haben, weil ich die Sperrstunde nicht beachtet habe, werden sie mich bloß wieder einfangen. Und wenn sie mich schnappen, nachdem ich mich unentschuldigt entfernt habe, werden sie mich foltern. Es sei denn, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, löscht meine Akte aus ihren Computern. Ich verstecke mich irgendwo. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werde ich Renni wiederfinden. Okay. Machen wir. Äh. Ist hier ums Eck. Auch sehr schön. Endlich mal was, für das man nicht mehr so weit laufen muss. Freut mich doch. So. Kehre zu der zurück. Und... kehre zurück, kehre zurück, kehre zurück, kehre zurück, kehre zurück. Okay. Ist ja alles in Ordnung. So. Ich hoffe, hier ist keiner. So, Justikartechnisch. Stimmt, die habe ich alle platt gemacht. Story-Bereich. Und ich würde sagen... ...sterbt. Du Arsch. So. So, jetzt aber. Ich würde sagen, das war's für... ...Jetzt und... ...ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bö сем hijo. Tschüss.